ARD Text im Auftrag von Funk Und gleich haben wir es geschafft Äh, wieder mal die 40... 21 Ok Wie gesagt habe ich gerade gerade ganz dabei Und dann mache ich jetzt hier Eine Steinwand hin Wofür fahre ich hier irgendwo runter? Aber ich sollte das nicht tun So Und... So Und hier eine Steinwand hin Die so symbolisiert Okay hier das ist Künstlich angelegt alles Das sieht man ja auch so Aber ist ja egal Der Flusslauf kann ja bestehen bleiben Das ist ja absolut kein Problem Das stirbt mich nicht Ähm... Daraus können wir nichts machen Okay... Pfff... Wo ist denn der Mond Der Mond ist da Es wird also noch ein bisschen... Wow Tod okay Was knistert der so komisch Ich fühle mich hier nicht wohl Ganz ehrlich Ich fühle mich hier nicht wohl Da ist ein Creeple Da ist ein Creeple Irgendwie still stand Warum machen wir Das ist ja ein Schärfeschwer Ich brauche nur zwei Schläge Gute Nacht Wuhuuu So Es bringt es auch nochmal voll So fünf Sekunden vor Ende der Nacht Dann doch noch schlafen zu gehen Super mit zwei Schlägen Creeple machen ist cool It's cool man It's cool man Hey Hey Autsch So Weiter geht's Wir sind noch nicht am Ende unserer Reise Wir sind noch nicht am Ende unserer Reise Weh Weg da Und auch du verschwindest Krass mal schauen dass wir hier eine annähernd muss auch ein bisschen groß sein die fläche so 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 da 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 das wäre dann erstmal so die fläche solche noch steine rein rein theoretisch sollte jetzt meiner fläche nichts mehr passieren das nächste stück wiese ist weit genug entfernt so dann holen wir den spaß mal runter so dann mal gravel und da haben wir noch ein bisschen hiervon ein bisschen davon ein bisschen hiervon da vermehrt sich die pilze schon und tada so 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 soll natürlich auch echt aussehen und nicht nur eher so tun so so und hier können ja so solche steine rein so das ist mein abgang gesichert und jetzt kommt hier noch hier was rein genau was hier hinten sind wir jetzt noch nicht so 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 wieder das war jetzt nicht abgeahndet äh das müssen wir auf jeden fall noch machen aber nebenbei ist so viel anderes noch zu tun so so manch da noch Ja du, was ist das denn? Da fliegen die Blöcke durch die Gegend, okay. Ich bräuchte mal ein bisschen Pulver. Fortpflanzen sollst du dich nicht, du sollst, ich brauche eigentlich nochmal Knochenmäher. Und dann würde ich die Aufnahme für heute auch beenden, also jetzt für jetzt, zumindest wenn ich euch heute nochmal aufnehme. Aber für jetzt würde ich die Aufnahme dann erstmal kurz beenden. So. Ja, die müssen wir mich noch Let's Blaze hochladen. So, mal schauen, ob ich hier Knochenmäher habe. Ich nehme mal stark an, nicht. Ja, das habe ich mir schon wie gedacht. Kannst du schärfst du deinem Monster in der Nähe sehen? Na, dann verabschiede ich mich so, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.